Hi Pyros, bevor das Video losgeht noch etwas in eigener Sache. Leider sind 95% der Nutzer, die meine Videos schauen, noch kein Abonnent von mir. Bist auch du einer davon, dann abonnier doch einfach mal unten schnell meinen Kanal, aktivier die Glocke und verpasst keine weiteren Videos von mir. Nach dem Intro geht's dann los. Dann fahren wir hier mal an. Die Preise sind nicht die, sondern ihr müsst die kleingedruckten schwarzen lesen, denn hier kommt noch überall richtig schön die Mehrwertsteuer drauf. Deswegen ist der Laden auch komplett überteuert. Wir haben hier den Flash-Over 15er Batterieverbund, 280 Schuss für 140 Euro knapp. Kids World, ja, wäre an sich für den Preis gar nicht mal so schlecht, wenn das nicht vollgeknallt mit Knallerbsen und Wunderkerzen wäre. Könnte da liegen lassen. System, Feuerwerk, Fire Force, 112 Schuss für 25 Euro. Könnt ihr ebenfalls liegen lassen, das ist nichts Besonderes. Hier haben wir nochmal wieder zwei fette Verbünde für 154 Euro, den Profi-Power-System, 5er Batterieverbund und den Overtüre-4er-Verbund für 64 Euro. Alles nichts Besonderes und auch deutlich zu teuer. Dann kommen wir zur nächsten und letzten Seite auch, weil hier gibt es leider nur zwei Seiten. Wir haben hier das Metropolis. An sich ein schönes Set eigentlich, 10 Raketen. Pro Rakete kann man ungefähr 1 Euro rechnen. Firebirds haben wir dabei, Firebirds sind ganz cool. Ein paar Fontänen sind auch dabei. Das hier sind glaube ich römische Lichter. Ja, 23 Euro ist halt auch viel zu teuer. Dann haben wir hier Raketensortiment. Dankeschön, dass man mir jetzt schreibt. Dann haben wir hier das Raketensortiment für 61 Euro. Ihr habt hier gerade mal 24 Raketen und das ist, ja, da brauche ich nichts weiter zu sagen. Dann haben wir Raketensortiment, Magic Sky Selection, 10-teilig. 10 Raketen für 40 Euro. Einfach zu viel. Dann haben wir hier eine schöne Mischung eigentlich aus Batterien, Fontänen, ein paar Raketen. Das Nightbreak, 16-teiliges Sortiment. Ja, der Preis, der ist natürlich auch extrem happig für 69,59 Euro. Also, das ist schon echt Abzocke im höchsten Maße. Also, da weiß nicht mehr ich, was ich dazu noch sagen soll. Wir haben hier unten dann als vorletzten Artikel Systemfeuerwerk, Spacetime, 96 Schuss für 22 Euro. Ist auch nichts Besonderes. Lasst es stehen. Und dann haben wir hier zu guter Letzt das Skywider, Viererverbund, Feuerwerk, 124 Schuss für 95 Euro. Da geht das Gleiche. Ja, der Dings ist zwar top, der Effekt, der hier drin ist, zwischenzeitlich, aber das Ding ist keine 100 Euro wert. Also, lasst es einfach stehen. Ja, und hier sehen wir, kommen jetzt dann wieder Dekoartikel. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn der Laden extrem überteuert ist, ich nicht so viel dazu sagen konnte und wollte. Weil, ja, die Artikel sind das einfach meiner Meinung nach nicht wert. Aber, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es darum geht, ein neues Prospekt vorzustellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.